hallo und herzlich willkommen zurück bei w.o.w. ich bin euer Grimmel ich heiße euch recht herzlich willkommen vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal haut rein nein ich habe gedacht ich laufe jetzt zwar gerade nach ferala es war doch richtig von mir und dachte mir ist so schön hier gewonnen die solarpsche ich sag denn hier oben ist das eine stadt mit bäumen oder die baumschmuser hier oder was daumen ist auf jeden fall wer ist denn die kacke die tauchen die tauchens da wollen wir noch mal hoch geist 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 wandler posten geist wandler posten war der geist wandler posten nicht in tausend needles oder wie oder wat oder wer bin ich jetzt falsch der kuhlufriedhof komm ich noch hoch in den kopf ey das will ich mir mal angucken scheinlich haben die wieder so einen fahrstuhl oder so ja hier so taurende technology ich weiß ja ja nicht wo hier der zinn herkommt ich weiß nicht wo der zinn herkommt ja vielleicht muss ich da hinten hoch ist doch scheiße da oben sind auf jeden fall noch quests aber wenn ich mir so die gegner hier angucke ich wollte eigentlich nur mal rein und hallo sagen mal gucken wie es aussieht aha von hier kommen also dieses dorf in wäden hallo ich bin's grimmel grimmel habt ihr hier eigentlich einen flugmeister sieht nicht so aus wisst ihr warte könnt ihr mal am arsch lecken wenn ich irgendwann mal lange weile habe dann komme ich mal hier zurück ich mal alles ab wenn ich hier in in der alten welt fliegen kann und dann hole ich mir alles so schnell ist keiner hin leer Themis knapp genau das geht nicht eram Nirgendwo kodo hier kodo senarioswildnis na senarioswildnis sieht es aus wie desolaids aus hier guck mal. auf einmal s ign разgr� es Couple kodoà desolaire ist wieder da wo ist denn vorher überhaupt die ferallers der ferallers ja vorher k Ferrallers customers hoffentlich irrum wenn mich mal die geografische technische iněhoven 1.000 Nadeln kam ja dort irgendwie, glaub ich, äh, unter, äh, äh, Desolais, oder? Und, äh, äh, nicht, Zirkel, Zirkel der Manorock, Manorack, oder wie auch immer das kenn ich. Manu, oh, Manorock. Ich hab mich auch, ich hab ja auch damals gequestet, was fliegt mir hier durch die Gegend? Kleine, oh. Hier wird's dunkel. Ist hier nicht der Typ, der mit seinen Bären langgelaufen? Wer ist denn der Typ? Was hat das denn hier? Du hast ne schnelle... Menschenparlor, I am so neidisch auf you. Äh, gut, Taipa, den Namen nicht unbedingt. So, dann müsste er hier eigentlich richtig sein, gelle. Jetzt sind wir wieder in diese Latsche. Ist eine trostlose Gegend, ein Glück hat dir der Katagnismus, äh, Einheit genommen. Ne Wüstenspinne haben wir noch nicht. Dann machen wir unterwegs jetzt noch mal gleich einen kleinen, einen Fight. Testen wir mal hier unsere neue... Hä? Hä? Jetzt hab ich zwei Schlammchen, das ist auch scheiße. Ah, ein Frosch! Nimm ich die Froschmühe oder die Spinne? Rans! Wüstenspinne... Fangenbar... Ja, ist meistfangbar... Außentirbelchen... Ja, dann... Ich nehm den jetzt. Einen Versuch machen wir doch! Wenn ich ihn dann nicht fange, dann nehm ich den Frosch. Machen wir das so? Das ist der Tod, Alter, ey! Ist das zum Kotzen? Da ist der Wüstenspinne! Da gibt's ja keine Erfahrungspunkte, weil hier der zu blöd ist, um Kiste, Kiste zu werfen, ja? Oh! Ist das so ein Kotzen? Jetzt findet er seinen eigenen! Oh! Ekel! So, lass noch mal schnell! ich wollte doch schon längst aufgehört haben traurig den tod los machen kalt die wüstenspinde wollte es nicht anders wissen geil voll geheilt ist ein geiles das sind die hornbrüte ist geil ich brauche tieren die sich heilen können und viel aushalten oder schneller als andere sind was aqua knarre hier den frosch den verleihbe ich mir jetzt ein aber ich wollte ich ihn nicht geiles fiech alter blüten abkriegzeit hatten der drei runden okay das eigentlich froschkurs von 42 aqua schaden und was noch ach ich verwandeln frosch im frosch ich glaube dass das kriechen verliebt mich der frosch hat für mich verliebt die felsfieber nehmen weiß sie mal einmal okay ist doch nicht so stark gegen ihn alles klar jetzt müsste ich ihn fangen können weil er quittet ihn weg glücker hat ist das zum kotzen ist er zu blöd zum werfen oder was was ist denn das für eine fungelektrine ey jetzt heilt das arschloch sich geil ach ne ey oh fuck man ey das gibts doch nicht scheiße 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 auch geil jetzt mal 1200 ep das ist krass ey für so einen kleinen kampf mal zwischendurch aber er hat leider nicht das gebracht was ich mir davon versprochen habe ja jetzt müssen wir langsam mal den weg nach unten einschneiden können oder nicht da gehts doch lang aha oh ja guck mal da müssen wir durch die höhle durch anscheinend ah ne oder hier den weg lang keine ahnung keine ahnung keine ahnung keine ahnung habe ich nicht ok da müssen wir wahrscheinlich nicht lang doch der geldkiss ja hier war ich damals auch aber dann sah das nicht so in der mitte aus lass mich ah sie wollen mir haben ja lass mir in ruhe ey ich werde mal wieder nebenbei für dingens an hier den dann den dann den brosa wo können wir jetzt eigentlich hin düsterbruch können wir sogar schon oh da mann ach ist das schön jetzt kommen wir mal langsam an die höheren gefilde langsam aber sicher und jetzt sind Feralas angekommen Feralalalalala desolais und jetzt kommt Feralas ach ne warte 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 Feral feste wie jetzt ja Feralas nun von Rabenwind alle Klärchen eigentlich ein schöner Dschungel ein gefährlicher Dschungel Fand ich damals schon cool das sah das sah also als man hier war das hat nun wirklich echt gefiltert als wäre man so richtig weit weit weg in einer alten zu gewachsenen Welt irgendwie keine Ahnung weit weg vom Schuss auf jeden Fall so kam es mir vor kommt es jetzt immer noch ein bisschen weil es sich echt wirklich wirklich weit ah hier ist ein Hordenbanner da fühlt man sich wie zu Hause ein bisschen Heimat angezeigt hier Hordenterritorium das war schon Taurendorf das war schon Taurendorf Camp Ataya 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 schön eine hüble Krankheit hat die Kreaturen unseres Waldes Heime gesucht zuerst dachte ich es wäre einfach einer der Typen der Natur aber der aber der Krankheit scheint kein Heilungsprozess zu folgen die Hirsche des Waldes die normalerweise sehr stark und friedlich sind haben am meisten gelitten einige finden in ihrer Schwäche ihr Ende andere sind tollwütig und sehr gefährlich um die Geister zu befragen und mehrheit über die Krankheit in eine Farm zu bringen benötige ich die Geweihe der Hirsche ach so toll Salat 8 infiziert ach infizierte Haigebirsche alles klar äh Haie äh Haie ja nein nicht Haie wie nennt man das denn ne weißt du schon Hirsch Geweihe so Hallo Talodoro von Camp Mujache ja siehste was ich hab's sagen nicht Ataya Camp Ataya Camp Mujache hier steht aber Camp Ataya will das dunkle Herz von Edana äh Hasskralle das ist aber noch ein alter Text mittlerweile heißt das äh Ataya nicht mehr Moache äh Moache wie auch immer Scheiße da haben sie vergessen irgendwo 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 an irgendeiner Stelle umzuändern müssen wir weg mit dem ganzen Scheiß also wie viel Geld und wie schnell kommt denn hier Geld und Gold rein ich hab vorhin guck mal hier äh ne äh nur 15 aber ich hab' gefunden solch gehabt hab ich grad verkauft glaub ich da 40 Silber hallo hat man damals noch nicht gekriegt hier zu der Zeit um die Preise zu bekommen muss das schon fast Burning Crusade gewesen sein so in etwa weg die Scheiße kommt eh nicht zack hier hat sich alles reingeschlichen ja ist ja widerlich ach guck mal hier ja so das ist ja aber sowas kriegst du alles nicht mit weil das alles sich irgendwie reinballert so machen wir auch mal schnell die können wir alle nicht entdingsen Das ist doch Wurscht. Wir sind ja ein paar mal gestorben. Das ist auch nicht mehr so teuer, Mensch. Damals hat sich teilweise die Reparatur in Ruin getrieben. Harpien. Ja, machen wir die Harpien-Dote. Ja, machen wir die Harpien-Dote. Ist ja gleich hier um Eck. Jetzt gucke ich mal, was die für ein Level haben, die Harpien. Dann können wir ja sehen, ob wir hier richtig sind. Jo, sauber. Set looks good. Camp Ujache. Heißt jetzt Camp Atalia. Warum? Ruinen von Har... Was ist das? Ruinen von Rabenwind. Ach ja. So viele sind hier aber nicht. So, komm mal ran hier. Halte Bitch. Geflügelte Bitch. Ding, 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 ding. Der kommt da. Und... Super. Schönen AE ausgenutzt muss ich sagen. Der fliegt gleich durch. Der hat keinen Bock mehr. Weg ist er. Ich hab' nicht mehr mit. Ich hab' nicht mehr mit. Das zeigt schon. Meine Mandeln werden immer dicker. Hoffentlich steckt das nicht zu sehr auf die Stimme, dass ich dann keinen Let's Placement aufnehmen kann. Das wär' scheiße. Ich würd' trotzdem weiter zocken. Ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht nichts aufnehme an Kommentar, sondern einfach nur spiele, aber das ist ja auch langweilig. Aber wenigstens wird man dann sehen, wo ich gewesen bin und was ich gerade gemacht habe. Ich bin tot! Ja, sauger. Hey du! Ich bin tot! Bumm! Geh tot! Von denen nur noch einen. Und von den anderen... Ein Windufer, vier Harpien. Das ist ein Unterschied zwischen den beiden, ey. Das ist zum Kotzen. Das mag ich immer nicht, wenn du zwei verschiedene killen musst, ja. Alles eine Suppe hier. Hauptsache sie sind tot. Das und der Harpien. Harpien sind die mit den Kugeln drumherum. So! Get down! Get down, flying biatch! So, in der Zwischenzeit gehe ich mal nach oben. Dann können die hier wieder respawnen. Dann mache ich in der Zwischenzeit der Quest Nummer 1. Edanas dunkles Herz. Ja, dann können die Bitches hier sich wieder popularisieren. Höpp! Du bist du Edana! Nee, du bist nur eine dumme... Dingens! Ach, da hinten ist... Muss ich da überhaupt machen? Ähm... Kalle? Kalle, komm! Ich komm! Ich hau zu! Ich treffe aber nicht. Ich bin nämlich doof. Entkommen? Was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Ah, ist das scheiße. Wann kommt der Krieg denn? Ja, das ist mal wenn sie entkommen, aber ich will dir noch Schaden zufügen, weißt du? Das ist immer richtig. Also jetzt bist du auch da. Schön, danke. Schön, dass wir uns mal auch da zugesellen. Zack! Boom! Das ist fette Hexenmeister-Action, Mann. Kann ja jeder mit, ey. Das ist quasi Hexenmeister-Parcours. Was ist hier Himmelsnadel? Was soll das? Der zwingt die oberste Weise Virex auf der Himmelsnadel. Das stimmt in Instanz, wo da ein Rade würde ich mal ganz schön... Ah, geil! Wolle trappen die hier. Das ist cool. Wie viel Wolle hab ich eigentlich wieder? Kann ich da auch mal wieder irgendwas zwirbeln? Na ja, fünf Stück. Besser than nothing, ne? Wollen wir mal! Eigentlich hätte ich noch mal vor einen Dot draufsetzen können. So viel Schaden macht der auch nicht, der Klotz. Jetzt muss ich den auch noch heilen. Ich glaube, er hackt hier gleich. Hat er es doch überlebt. Schön, schön! War aber auch die... Ach, da ist eine. There is the Harp here. And the Harp here is going to die. It's going to die, motherfucker, ja? Ist so. Brems. Die Brems. Oh, 340, der Tritt, ey. Da bin ich gleich immer erster im DPS, sag ich. Oh, was ist denn hier? Was ist das da gelbe, was man sich anklicken kann? Ach, das gibt es die Idee. Jetzt, 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 ja? Jetzt, jetzt, jetzt. Wollte mich verarschen. Mach ihn tot! Wo soll ich mir? Gehen wir mal rein da. Schnell nach vorne zu Idina laufen. Ach, da ist auch noch einer. Das ist auch wieder nur eine Windruferrin. Ey, was soll ich denn damit? Was ist das? Eine Taleule. So, hier ist es Idina, sagt er. Wie sagt er hier? Kriegt ihr eine Idina? Was steht denn da? Stellt euch ihre Überraschung vor. Ja, ja, ich habe ein Horn gehört. Ach so, das Horn habe ich anscheinend, oder was? Jemand hat abgelehnt. Ihr seid doch kacke immer. Warum lehnt ihr denn ab? Ach so, das ist das. Ah, Mist, jetzt mache ich gerade. Dann warte ich die mal. Abbrechen und betreten. Ach, schon wieder. Mann, langsam wird es langweilig. Langsam wird es langweilig, hier hinterher zu laufen. Ach, schönes Ladebalken steht. Sauber! dann läuft er hier wie geschnitten Brot heute, ey, super. Fälle des... Freigeben. Tschüss. Was hat denn hier? Ja, schönes Ding, weil er mitdenkt. Hab jetzt eben... Voll so, voll so Terror. Boah, ja, so... Der Ex-Meister kommt angeschwebt über das Wasser. Ich bin irgendwie so eine cooler Küche, was Wasser kann. Ich war tot, ey. Ich hab Ding beschworen, schon fällt der hier um, ey. Mann, ich kann doch nicht mal schneller meine Viecher beschwören, als die Gegner da sterben. Super-Syretchen-Style, ey. Wir gehen nicht, wir schweben auf dem Gegner zu. Das macht ihm... Das macht viel mehr Impon... 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 Imponiert ihn viel mehr, so. Na, schnell, voll. Oh, nochmal schnell raus. Na, guck der an. Man, wir haben Cast ausgeknallt. Wir sind so geil. Wir sind so geil, Alter. Ich bin so geil. Ich mach'n liebe Lang. Ich mach'n liebe Lang. Na, welcher Film? Na, Fiki-Fiki. Fünf Dollar, zu Boku. Bam. Ja, hier, was ist das denn für ein Arsch, ey. Ich bin so ein geiler. Ich bin so ein geiler Tank, ey. Ich tanke die anderen, laufe nicht weiter, sollen die anderen noch unterwegs die Scheiße fertig kriegen. Dass der Typ Caster dabei hat, der die nicht im laufenden casten könne, ist dem wohl hoffentlich klar. Ich schweb hier voll vor mich hin, ey. Ich find'n sich voll geil aus. Caster müssen schweben können, find' ich. Apropos, was denn der Heiler? Der kriegt doch von mir auch gleich mal was Schönes. Wenn ich sonst nix machen kann, dann das. Du musst zuerst in das Wasser sehen. Was denn? Er hat's auch geschafft zu kommen. Und der Jäger ist in der Haus. Der Jäger ist im Spiel. Alles hört auf den Jäger. PANG! F***, zu spät. Hier, hier, hier. Frisch den Dott, du Sau. Nicht mal ankommen. PANG! Ich bin außer Reichweite. Außer Reichweite. Ich bin seit hinten. Zack. Jetzt komme ich. Jetzt komme ich. Pass auf. Jetzt kommt meine Stunde. Ha 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 ha. Ach scheiße. Jetzt aber. Zack. Schlulli Bulli. Bam. Ich konnte Schaden machen. Ich fühle mich so toll. Es ist ein tolles Spiel. Ich brauche mehr davon. Mehr Schaden. Ich bin so klein. Erdrutsch. Sieht ja schön scheiße aus. Kann ich auch nicht entzaubern. Ach kriege ich die scheiße auch noch. Verstopf mir wieder der ganze Inventar. Machen wir nochmal so und so. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Hier sind sie. Ha ha ha. Gute Idee. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nicht dass der wieder pullt. Ich weiß ja nicht, ob wir da schon gewesen sind, wo er langgeläuft oder wie auch immer besser ist, aber sicher, sicher. Kann ich jetzt nicht mehr. Werde euch vernichten. Denn ich bin ein Flying Ork. Energy Drink. Römms! Ich muss näher. Ich muss näher. Geist ihn an. Lieder. Perverse Sau. Der mag's hart. Los, der kramp den Boden. Meine Missgeburten. Meine Missgeburten der Hölle. Was ist das denn? Er füllt eure aktiven Dämonen mit dunkler Energie, ihr Tempo und ihre Gesundheit. Sauber. Das ist ein kleiner Enrage Mode. Entdecke ich jetzt gerade auch mal wieder zwischendurch. Auch sehr schön. Ich weiß ja voll Bescheid über meine Klasse. Ah fuck. Ich werde lieber nie auf den gecastet. Ich werde lieber nicht auf den gecastet. Ich muss schnell nach vorne, macht ihr mal fertig da. Alles schon gut. Ich muss jetzt hier bisschen was raushauen. Komm her, du dicke Trollar! Wuhu! Ein bisschen was aktiviert hier. Ja, PAM! Oh nein, ich krieg hier so ne blöde Krone oder was? Ist das euer Ernst? Oh nö! Schau mal hier. Schwer so ein Unbrauch-Badenring. Intelligenz und Ausdauer. Moment! Ich bin hier weg. Ich hab was anderes anzutun. Ich wollte zwischendurch noch ne kleine Runde einwerfen. Ihr Bitches! Ihr billigen Bitches! Ich muss nämlich weiter questen. Ich komm ja gar nicht mehr hier weiter. Obwohl ich aber auch gleich schon wieder Level Up. So, jetzt spiel ich das Lied. Ich hab' mir vorhin mal diese geile Krone aufnehmen können. Schnell! Schnell! Das geht im Kampf nicht. Greif nicht an du Honk! Lass dich aber schön zusammenschlagen von der alten, ey! Was ist denn hier los? Oh nein! Ein Pandarenmönch! Allianz! Verpisste er sich! Schönes Theater aber. Achtung jetzt kommt die Wahrheit. Die Stunde der Wahrheit. Ja! Na toll! Schöne Scheiße! Schöne Scheiße! Schöne Scheiße! Ach, konnte ich ja gar nicht. Nein, weiß ich, dass es nicht geht. Wir müssen uns da packen. So! Dann wollen wir mal weitermachen. Das Ding haben wir jetzt ein bisschen mit... Och, der hat bestimmt die ganzen Harpien jetzt getötet, ja? Lasst mich doch mal hoch, ihr Mann! Wo seid ihr denn, ihr Harpien? Ich will euch gerne mal was fragen. Ihr... Reudigen... Harpien! ...zum... Eine Brücke! Die war nötig. Da ist irgendwas Rotes! Windruferin! Ey! Windruferin! Windruferin! Was soll ich denn damit, Mensch? Ach fuck! Siehst du das? Am, 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 am... Am fahren! Der macht hier alles tot! Eigentlich war das jetzt nur so gedacht, dass die wieder hier resetten können. Da... PENG! Dann brauche ich nur noch eine Stelle. Ah, der hinten ist eine, der hinten ist eine. Meine, 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 meine. Meine, 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 meine. Meine, 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 meine. Sauber. Hey, bleib hier. Da-dem, da-dem. Haben wir. Was brauchen wir jetzt noch hier? Ähm, hier. Infizierte... Arschgeweihe. Ach, gehen wir erst mal ab, wir sind ja hier. Na, machen wir damit ein Level ab, oder ist das noch zu viel des Guten? Mh, könnte mit Umständen eventuell mit Bitten Glückwunsch werden. Aha. Was gibt's denn hier? Arrüstungsset. Aufgreifen. Jiiiihaa. Scholo. Da haben wir's. Fuck. Jetzt schon? 38 Scholo? Was denn da zum für ne Scheiße, Mann. Hier gibt's auch schon keine Quest mehr. Ist auch geil. Nur hier die Hirsch-Typen. Peng. Das stimmt keiner. Level 100. Ei, 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 ei. So. Da ist toll. Der ist tot. Was soll denn das? Die ist auch tot. Was soll denn das alles? Ja, jetzt sind die auch noch hier am Questen, ja? Wenn die auf ihren Server geblieben wären, hätte ich jetzt die freie Bahn. Ich brauche hier niemanden, der mir die Viecher wegnimmt, ey. Da oben. War ne Taleule. Da ist noch ein totes Schafhornhirsch. Ein totes Schafhornhirsch. Was ist das denn hier? Ach, ist das eklig. Schafhornhirsch! Brems! Ach ja, jetzt sind wir bald damit. Das ist auch egal. Wollen wir die alle auch noch mit zur Party? It's my party-da-da-di-da-du-du. Komm rein, Jungs. Wir haben... Kein Hirschhorn? Super! Dann haben wir schon mal so... Ah, also wir alle. Dann haben wir schon mal so'n Kackvieh. Das ist zu weit entfernt. Du arme Infizierter Hirsch. Wir wollen dir doch auch nur helfen. Das kannst du uns doch nicht verwehren. Tom, gib mir mal... Was ist denn das? Wie kämpft denn der? Wie ein Klippenriesen, Alter. Fight of the Titans, ey. So, wir sind hier aus dem Gebiet raus. Schön, dass wir... Hier finden wir außerhalb des Gebietes finden wir die Viecher. Ja, im Gebiet ist nix. Geil. Geil. Geil, Alter. Geil. Geil, ist so. Ist so. Ist geil, Alter. Ist so. Ist voll geil, Alter. Ist so. Ist so geil. Ist so geil, ist das, ey. Ist so geil. Ach no. Iy. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh. Ist das不好意思. Ist das alles. Ich bin da. Wenn die andere nicht tot wäre. Wohl. Hören Sie zu mir? Du bist die Person ein. Ich bin da. Wenn die Person einfliegt ist, die Person einfliegt. Ich bin da. Du, 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 du. Der Meer, das ist doch scheiße. Jetzt soll ich hier hinterher, wo der schon jemanden getötet hat. Das ist doch kacke. Da kommt alles tot, ey. Und ich bin nicht mehr lederreich. Ich muss alles liegen lassen. So eine Scheiße, so eine Verschwendung. Überall nur diese kacke fucking Taläulen, ey. Gold? Gold. Oh, nee. Ich bin doch blöd, ne? Ich hab noch einen Reitvieh. Mensch. Ruf auf den Jaueln und Jibim. Ah, oh, nee. Taläule. Taläule. Aha. Kommt ihr beiden bitte her. Ich hab mit euch was zu gereden. Ich würd nicht lang den Anspruch nehmen. Ihr werdet mir euer Rorsch hin. Rorsch, Hischgewahl geben. Und das eins. Jawoll. Jetzt sind wir, jetzt sind wir Modus, Alter. Jetzt sind wir volle Modus. Komm, da ist schon der Nächste. Da hinten ist der Nächste. Das ist meiner. Das ist auch meiner. Das ist alles meins, Alter. Das ist alles meins. Geh her, jeder. Komm her, jeder. Mächtiger Hirsch. Komm her, du blöde Heule. Da muss ich angehen, ey. Mann. Ich glaub, wie ich da hinten stehen muss. Ja, super, versaut du mir. Ich versaut mir echt alles, ja. So ein Dreckstück, ey. Haha, noch einer. In der Zwischenzeit werde ich auch nochmal hier so ein kleines Kämpfchen machen. Ich muss ja ein bisschen leveln, damit ich diese blöde Pute da hinten erst mal killen kann. Das werde ich gleich machen, wenn die Folge vorbei ist. Die läuft jetzt noch ein bisschen. Die machen wir noch zu Ende, die Quest. Ich sehe ja gerade, wir haben die Zeit erreicht. Aber danach werde ich dann mal zurückfliegen zu Zonja, oder wie das Gerät hieß. Und dann werde ich ganz gepflegt, ups, die Idee erst mal über den Jordan schicken, ja. Ich lasse mich nicht verarschen von so einem Gerät. So. Mach der Dote. Die Dote. Die Dote ist ermächtig. Zerfetzt alles, Mann. Geht von Endrage-Jungens. Jawohl. Vier Stück noch. Vier Stück noch. Vier Stück. Vier Stück. Vier Stück noch. Aber jetzt ist keiner mehr da. Scheiß. Ah, da oben sind. Guck mal, das ist ein Lager. Was ist denn das für ein Lager? Ist das ehrlich? Jetzt wird das Kriegchen drin? Ich bin nicht, oder? Was ist das Kaminchen? Ah. Und De Trois? Jetzt gibt es einen Impact, Alter. Scheiße, mein Krieg ist vielleicht tot. Shit. Äh, äh, befordert. War noch ein Trank da? War ich alle weggeschmissen? Alle weggeschmissen. Okay. Egal. Das war jetzt aber unüberlegt. Egal. Den kann ich ja eigentlich, warte mal, eins zaubern. Was wollt ihr von mir? Was ist das eigentlich hier? Voll gesungene Zecke. Was nimmt der voll gesungene Zecke mit? Ist der auf, oder was? Der hat's ja nicht mehr. Komm her, kein Windchen fight. Drei Runden, Alter. Komm mal, Alter. Mir ist das alles tot. Du hast 551? Ha, 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 ha. Muss ich erstmal heilen. Machen wir mal, ne? Wollte ich einfach zum Froschen, kleine Sau. So. Küssü, küssü. Scheißhase ist weg. Der hat sich eingebuddelt. Der kann das auch. Ach, der kann unter der Erde angreifen, der Spacko. Ähm, dann tausche ich erstmal. Moment. So. Den Kaninchen ist eine Schlange, mal gut. Wurdeln wir uns auch ein. Pass mal auf, du kleine Drecksau. Ja, grad schaust uns zweimal an. Willst du noch ein drittes Mal, oder was? Pissviech, ey. Das ist ne Sau, ey. Krattelhase hier. Scheiße. Boom, ist der... Oh. Oh, 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 oh. Er versucht ihn zu fangen. Er muss einfach... Ach, scheiße, ist er trotzdem tot. Ha, 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 ha. Hab ich nur noch den? Die anderen beiden sind tot. Fuck. Oh, nein. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ist mir schlecht. Komm, überleb das Ding, bitte. Gut, jetzt. Ja. Wir sind jetzt als erstes dran. Oh, scheiße, das war's. Ha, ha. Okay. Ah, was ist denn jetzt? Scheiße. Scheiße. Das hat jetzt ich auch nicht gefangen, ne? Nur weil diese ganzen fucking Arschlöcher tot sind. Die sind alle so schlecht, meine Tiere. Ich hab das einfach voll verkackt, ey. Mann, 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 Mann. Level auch gar nicht. Ist das ein Dreck. So, mal gucken, was da oben los ist. Mhm. Oh. Ist das ein Spieler? Wo sitzen wir hier? Versaue ich dir gerade ein Rollenspiel? Gehört, waaaaaah. So. Machen einiger. Die sitzen an einem Lager voll und erzählen sich selber wahrscheinlich die tollsten Geschichten, die sie erlebt haben. Keine Ahnung. Kann ich nicht mehr kämpfen? Hier, du Hase. Hä? Bist ein ganz Toller? Denkst du das? Bam! Was bist du jetzt? Was bist du jetzt? Oder dein Freund? Lixer. Sag, du sagst, es geht nicht. Guten Tag. Was? Du bist ja. Ich bin. Ich bin. Du sagst, es geht nicht. Ich bin. Oh nein, ich bin reingelaufen in die Eule. Verfolg mich doch. Ja. Damit hast du nicht gerechnet mit so einem fetten, geilen Offroad-Einlagen-Bam. So. Was ist das denn hier schönes? Ein Bau an den Steinen mit Diamanten oder was? Eisen. So, Leute. Ich danke schon mal für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet man nächstes Mal wieder ein. Und ihr wisst ja, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, Abo dalassen. Sagt es euren Freunden, empfiehlt ihnen das Video und schreibt es in die Kommentare und gebt Daumen nach oben. Würde mich wahnsinnig freuen. Bis zum nächsten Mal dann. Haut rein.